Die Stundfrau Miriam Höllers neue Liebe nahte, Held meiner Geschichte Miriam Höller, 31, musste in der Vergangenheit gleich mehrere schwere Schicksalsschläge verkraften. Vor rund zwei Jahren brach sich die Stundfrau beide Füße und musste monatelang auf Krücken laufen, wenig später kam dann ihre große Liebe Hannes Eich, 48, bei einem tragischen Unfall ums Leben. Doch die Poverfrau kämpfte sich Stück für Stück zurück ins Leben. Unterstützt wurden sie dabei vor allem von ihrem neuen Freund Nate, er half ihr, wieder neue Kraft zu schöpfen. Vor wenigen Tagen machte ihr neue Beziehungen in den sozialen Netzwerken öffentlich und ihrem Schatz eine rührende Liebeserklärung. Im Interview mit Bunte verriet das Model nun, wie viel es seinem neuen Partner zu verdanken hat. Er war da, als ich das gesamte Leben verflucht habe. Nate ist der Held meiner Geschichte. Durch ihn habe ich meine Lebensfreude wiedergefunden, erklärte die 31-Jährige. Er habe ihr ihr Lachen wiedergegeben. Trotzdem fiel es anfangs schwer, sich auf den Kanadier einzulassen, denn sie hatte immer das Gefühl, ihren verstorbenen Freund zu betrügen. Sie habe sich erst bewusst machen müssen, dass nicht wiederkomme werde.